hallo leute und herzlich willkommen zu nebula realms ich dachte mir ich habe jetzt mal bock auf ein space simulator und da habe ich den namen nebula realms gelesen und dachte mir komm nimm den schakal mit wir gucken uns das jetzt mal an epische musik ich erwarte episches ich begrüße dich ja keine ahnung was es ist du hast mich jetzt einfach hier mit reingezogen ja so ein fahrzeug für die login sag ich zähle wieder an auf 3 1 2 3 searching es hoch ich konnte schon mal an dass die steuerung invertiert ist nach oben nach unten ist und nach unten nach oben so ich öffne meine ich habe tatsächlich eine beschreibung warte mal ich stehe doch na super du hast du so ein schnellmenü der arm names master volume was geht hier ab gameplay in wird ich frage mich gerade ob ich dich hier irgendwo finden könnte mit ich habe tatsächlich schon mal jetzt das spiel reingeschaut leider du sag wo bist du dann werde ich das bestimmt irgendwo finden ja dann schaue mein gott ich habe irgendwas geklickt oh gott oh gott also wir können auch krieg führen ich lade meine wort ruf ich bin begeistert von dem sound des spiels also das geht so richtig ab wo könntest du siehst du wo du stehst so kropp was sorry ich war so mitgenommen von dem sound von dem spiel weißt du ungefähr wo du stehst ja neben mir aber kurz ich muss das hat einen moment gebraucht der exit so ich muss dann so wechseln weil ich nämlich gerade noch wort ruf war das ist so hart am ruckeln das spiel braucht alle leistung die ps4 die hier heult hier los richtig krass meine pro wird auch im boost modus hier totalen die knie gehen das kann man dem o loading board jetzt hast du ja auch auf dem board zugegriffen ich dachte wir wollten uns mal suchen ja wir wollten uns nicht suchen ich dachte das ist vielleicht das menü wo man um den den die lobby wechseln kann oder so da hätten wir dann so bauen wir auch mal vier eck drücken um zu aber dingsbums access hier und move rock dance muss das mal gucken wie die frauen hier aussehen in dem spiel sind bestimmt ultra sexy alter fuck chat box ok von der seite geht aber von vorne sieht jetzt schon ein bisschen ein bisschen aus wie die mutierter affe lief lief chat hallo lief chat hallo okay man ja so richtig für zu aus das kommt uns aber später an back back exit ich muss externe wisse händel ist externe um teig mir einen daumen searching server der einstellung ich guck mal die einstellungen also bis auf jeden fall ich habe die musik aus master bonnie nicht bei mir und friends friends habe ich nicht und ich habe doch sound das spieler sound wird wir schauen er war bei mir ganz leise aus irgendeinem grund ich höre jetzt den tod form der rente einer als tod rum und er tanzt ob amt jetzt habe ich schon wieder den karakter die tanzen alle ich will auch tanzen vier eck drücken und dann mit den richtungstasten oben und unten kannst du durchschalten und dann kannst du auch dein dance moves zugreifen elektro spring crazy techno alter arme sexy woman richtig krass am abdance jetzt nochmal zurück ja jetzt nochmal zurück mit j hier hat eine kleine hex rum talk at friends heilens blog da gehen wir auf friends drück mal auf friends x und so warte mal wo kann ich denn das options hier ist es sie aus wie freunde friends geht nichts habe keine freunde space users vielleicht sich dich hier irgendwo ich bin ja auch mal du kannst ja oben auf den kompass an optionen drückt kannst du auch kommst zu greifen wir können es auch mal ab wie was wir uns am strand treffen beach ok das gleichzeitig drücken und du zählst an dann treffen wir uns am beach in 321 searching server hart gespannt bin ich du bist schon richtig begeistert von dem spiel oder also grafisch richtig bombe die ladezeiten sie dadurch absolut berechtigt und das ruckelt nicht die ladezeiten sind der wahnsinn also ich würde ich würde es ladezeiten simulatoren nennen es geht also es gibt durch auch spiele sie sind das schlimmer aber sie haben auch ein bisschen mehr gefühlt drauf zumindest von dem was wir jetzt gesehen haben so ich würde schon mal Ambienter Nathan Nathan online ist am besten bekannte so Nathan online oh Chakal 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 ich sehe kaputt AdFremd 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 Fremd oh die Musik wir haben es geschafft geht voll ab die ist mega entspannend oder die ist voll elektro die ist voll elektro so bevor wir jetzt hier weitermachen ich würde sagen wir kleiden uns mal dementsprechend wir sind ja am Strand da brauchen wir auch ein Strand Outfit deswegen gehe ich jetzt in die Outfitfabrik in meine Wargroup ich habe zwar deine Invasion bekommen für friend aber habe keine Ahnung wo ich die annehmen kann ich komme nicht mal mehr aus dem Menü klarer weil klarer weil wenn ihr einen Becher habt ich komme nicht mehr aus dem Menü so hätte ich gar noch was anderes zum Anziehen also Kreis tut nichts ah ja options tut nichts LR Steuerkreuz alles mögliche drücken das passiert bei mir nix mehr weiter hast du dich aufgehangen? naja so halb ja so liebe Leute ich bin ich bin gleich wieder zurück ich muss das Spiel neu starten soo Telsimi wieder zurück ich habe das Spiel neu starten können und wir sind sogar noch in der gleichen Lobby ich sehe wie du hier auf dem Tablet guckst aber dein Charakter ist noch nicht geladen bist du eine Frau oder bist du ein Mann? ja ne ich bin grad Frau ich suche grad mal so fraulich Frau ist so ich entdeck grad meine Feminine leider ok mal gucken ob ich hier irgendwo was machen kann accept rotate accept ne pass die Chat alter die haben die Meckens brauen schon hier drin ich hier kaputt ich trau mich jetzt hier nicht raus zu gehen weil wir dann bestimmt die Lobby gleich verlieren alter die Steuerung ist zum Kotzen wo ist das kreis auch auf dem Lessen ja sie sind 직役 Crazy Golf Swimming Area City Crazy Golf huh.. gibt's ja eigentlich Bunga Party. Man weiß es nicht. Da kann ich das echt nicht hier umstellen. Ah, noch ein Narwana-Stab. Wut. Scharpe auf mein Eis. Alter, soll ich so? Ich bin hier drin. Apparatur. Oh, geil. Du kannst dich mit die geschlossenen Augen rumlaufen lassen. Ach, unfassbar. Bird's Rule. Man kann sich Bärte kaufen. Oh, Kawaii. Ich gucke mal nach Kawaii. Kawaii? Gibt es nur für Frauen. Wollte mich veräppeln. Kawaii? Ja. Es gibt ein Mate-Bundle. Das kostet vier Kristalle, nenne ich es mal. Okay, vier Kristalle. Wie viel kostet denn ein Kristall? Oh. Vier Crystal Maps. Okay, ich gehe gerade direkt in den Playstation-Store. Ich weiß nicht, ob er das weiter mit aufnimmt hier. Wahrscheinlich nicht. Nee, ich glaube nicht. Okay, also zehn Kristalle kosten 4,99 Euro. Muscle Definition, ja. Bubis. Ich finde es voll und voll, dass es Bärte nur für Männer gibt. Oh, die Bärte. Geil. Mustache. Kann man sich das vorher angucken, wie das aussieht am Charakter? Alter, sieht alles aus wie so ein Yakuza, ey. Das ist voll der Plastikbart. So, ich bin wieder in, 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 wie ist das? Loading Beach. Ja, warte, ich komme auch wieder zurück. Darauf geschissen. Dann wird er noch auf dem selben Beach. Ich nehme es an, also gerade eben. Safe Changes? Nö. Den Searching Surfer. Loading Beach. Oh, du bist nur. Request a private chat window with... Ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie hier lobbyen. Also ich möchte ja niemanden, niemanden verurteilen, aber... Einmal kriegt ihr wie auf Facebook von irgendwelchen ominösen Frauen irgendwelche Einladung? Das kann schon sein. Weil ich würde ja, ich würde ja nicht behaupten, dass sie hier so aussieht, aber irgendwie... Oh, geil. Mucke. Ja, ne? Warte mal, muss ich mal ein bisschen lauter machen? Ich muss mal irgendwas checken. Oh. Ich glaube, das Nadu, das ist einfach bloß ein Kommentar da drunter. Boah, da steht da oben. Free Hugs, Alter. Free Hugs. Moment, ich muss jetzt erst mal... Die Mucke. Bist du jetzt hier DJ, oder was? Ja, pass auf jetzt. Achtung. Labi. Gleich ist los. 3, 2, 1. Okay, Alter. Ich habe gerade einen Beach Reward bekommen. Ist das geil. Ist schön. Und? Tatsächlich lustig. Oh, jetzt haben wir noch alles zur Wahl. Alter, weißt du, wer das ist? Der Tanzmove? Nein. Das soll doch Techno-Wikinger sein. Was? Und ich glaube, das hier, das ist gerade von Michael Jackson. Wie hieß es? Thriller. Thriller, genau. Alter, was? Na, und ich bin doch Techno-Wikinger. Cool. Also, ich habe gerade jedenfalls einen Beach Reward bekommen, als ich hier hinten stand. Und ich weiß nicht, warum. Alter, die Kamera, kann man die ein bisschen schneller bitte einstellen? Das bin ich in der Disco. Ja, das bin ich in der Disco. Völlig auf Beat. Und unkontrolliert. Überhaupt nicht zur Musik. Äh, äh. Was macht man den ganzen Tag in dem Spiel hier? Ich habe keine Ahnung. Sitzen, gucken, mit anderen Leuten chatten. Weil, ich meine, guckst du dir? Ja, der hier. Der hat das Beach Outfit an. Ich glaube, keine Ahnung. Taxi Angels, Rock Lily. Hm. Einen welchen elfjährigen Stifter, die, äh, besuchen. Komm, komm mal mit ins Wasser. Komm, wir gehen jetzt eine Runde schwimmen. Hahaha. Na geil. Krass, aber. Äh, warum stehst du jetzt? Hä, was? Nein. So, du bist kurz stehen geblieben. Hast du Hei gebt? Ich, es geht weiter. Weiter geht's nicht? Äh. So, pass mal auf. Und wenn du jetzt zurück ans Land gehst, die Animation dabei, die ist so herrlich. Na, da bin ich mal gespannt. Genau so stehe ich auch aus dem Wasser auf. Drei, zwei, ein, ja. Hahaha. Geil, oder? Geil, ja. Premium. Das muss schon, da musst du schon ein bisschen was am Bauchmuskeln haben. Hahaha. Was sitzt hier hinten? Komm mal mit dir. Ja, gute Frage. Hier leuchtet auch irgendwas, ne? Was denn dit da? Wat, 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 wat? State for now. Warte mal. Au, Mini-Golf. Huuu. Okay. Wollen wir das jetzt noch in der Folge machen? Ja, ja, ja. Lass das mal auf jeden Fall. 10 Minuten. Alles klar. Start. Kann ich da mit dir mitgehen? Weiß nicht. Oder, äh. Start Mini-Golf, keine Ahnung. Lass du einfach mal gucken. Toll, Solo. Hahaha. Schön. Oh, wat? Ist das für ein Quatsch? Starke, Starke 1. Komm, wir gucken mal bei Starke 1 zusammen rein. So, und, äh, klärt mir mal jemand die Steuerung, oder? Alter, die Mucke. Hä? Stage 1. Jungle Mini-Golf. Also, du machst mit dem linken Stick, ähm, die Position. Du siehst zwar nicht, wo du hinschießt, das ist aber erstmal zweitens. Und wenn du X drückst, startet auch Stärkebalken. Und wenn du da nochmal X drückst, äh, macht da einen Schlag. Ich hab grad eben schon mal wieder völlig übers Ziel hinausgeschossen. Jetzt war es zu wenig. Oh, du kannst doch mit dem D-Pad, kannst du noch so fein justieren. Ach, schön. Fuck, ich bin zu viel. Fuck, ich bin zu viel? Ich hab zu viel gemacht. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ja, fünf Schläge. Ja, mein Ball ist drin. Fünf Schläge fürs erste Loch. Zwei habe ich gebraucht, okay. Machen wir nochmal gerade aus. Das wollen wir jetzt gut auch von... Oh, na. Ah, jetzt. Jetzt muss man weitermachen, okay. Schon, na, geht voll ab. Ah, nein. Knapp, knapp. Also die Stärke auch absolut nicht einschätzen. Wow. Oh, das klingt wie Tropico. Yeah, drei Schläge habe ich gebraucht. Was war das erste Loch? Nee, für das zweite Loch. Ach, schön. Du bist schon. Du bist im dritten Loch. Warte mal auf mich und so. Ja, warte mal. Ah, nein. Da muss ich denn ja... Jetzt sehe ich auch ein bisschen wie... In welche Richtung ich ziele. So grob. Ja, das habe ich jetzt auch gerade. Ich weiß auch nicht, wie ich es gemacht habe. Ja, vier Schläge. Okay, mit dem Touchpad reindrücken kannst du auch schießen. Ja. Okay. So. Ja, dann lass mal hier rein. Zack, Mann. So, das war das dritte Loch. Oh, wie viel Punkte hast du jetzt insgesamt? Ach, da habe ich. Verdammt, ich habe elf. Und jetzt wird es tricky. Oh, shit. Nein. Fuck. Nein, verdammte Gang. Gang, die Gang. Ja, komm schon. Sag Bescheid, wenn du mit dem Loch... Nein, komm, das wird zu viel. Sagen wir Bescheid, wenn du mit dem Loch fertig bist. Bin fertig. Alles klar, 14. Ich bin bei 12 jetzt. Oh, shit. Ich mache einfach volle Hütte, mir scheißegal. Bam, zack, ja. Ah, war nicht so gut. War nicht so gut. Oh, yeah. Oh, wieder zu dolle. Komm, 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 komm. Yes. Drei Schläge gebraucht. Yes, ich auch. Bin jetzt bei 15. Ich führst du immer noch, Alter, was ist das denn? What the fuck? Okay, das war viel zu wenig. Verdammt, ich bin auf der Bandi gesprungen. Ich habe bis zum Dreiviertel ein bisschen schräg gezielt. Haha. Hm. Oh, oh, das sieht gut aus. Komm schon. Bei mir war es von der Wanda abgefallen. Ich steck nach vorne und jetzt rolle ich Richtung... Fuck it. Oh, schade. So, ich bin drin. Mit vier Schlägen. Ich bin drin mit drei. Krass. Weiter geht's. Oh, jetzt kommt wieder so einer. Nein. Ich habe auch so ein kacken Timing. Ach, jetzt ist ja noch so eine kleine Brücke. Fuck, das ist fies. Oh nein. Okay. Huppe. Oh, na. Ist klar, Alter. Fuck this shit. Ich will ja nicht wissen, wie wenig ich jetzt... Oh, ja, ich bin ruhig gekommen. Ich bin bei Schlagnummer. Hier ist so eine Psalza-Musik, ey. Oh, da war wieder zu viel. Jep, ich bin nur... So, bin ich drin mit acht Schlägen, ey. Kacke, da war ich richtig schlecht. Wieso, bin ich drin mit sechs? Boah, jetzt habe ich 27 jetzt gesagt. Ja, was ist das denn? Ach, du Scheiße. Nein, oh, der ist... Alter, das gibt's doch nicht. Er rollt, der rollt, der rollt runter. Ja, bei mir ist er leider... Wie ist er Runde? Oh nein, das reicht nicht. Keep rollin', 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 rollin'. Weißt du, statt die Kamera vernünftig zu machen, haben sie es einfach irgendwie anders gemacht. Fuck my life, Alter, echt. Oh, das war sehr gut von mir gemacht, ey. Das war richtig premium, das war ein guter Schlag. Das war richtig premium, das war ein guter Schlag, das war ein guter Schlag, das war ein guter Schlag, das war ein guter Schlag. Ach du Kacke, passt auf, du links, ich rechts, oder was? Wo bist du gleich? Scheißegal, ich gehe links lang, ja. Alles klar, mache ich rechts, und attack. Volle Zweunung. Oh, da hat richtig viel gebracht, Alarm. Oh nein, ich habe bei mir so einen Drecks-Tunnel. Äh, ich schätze jetzt einfach mal so, dass ich ungefähr so schießen müsste. Ah, verdammt. Oh, das war fast gut, ey. Ah, verdammt. Ah, verdammt. Alter, acht Schläge. Oh, oh, ah. Mehr fünf. Ah, also Loppy ist eigentlich der bessere Minigolf-Spieler, Alter, was ist das denn? Oh, das könnte witzig werden. Komm schon, noch ein Stück, noch ein Stück stehen bleiben. Nein, nein. Also ich mache den Sprung, das kannst du auch riechen, ey. Jo, mache ich mit. Bin voll dabei. Und. Ja, da. Bisschen über Hälfte. Oh, nice. Und das war zu wenig. Alter, oh, voll der Horrorsound, wenn du ins Wasser landest. Oh, jetzt bleibt doch nicht schon wieder so scheiße stehen. Ist ja kackbar. Oh, ich bin drin. Fünf. Oh, hast du gut. Ich habe jetzt sechs, glaube ich gleich. Da. Drin mit sechs. Okay, Bahn, ey. Alles klar, dann. Ach du kacke. Oh, Highland. Ich bin durch. Ich auch komplett bis hinten. Jo. Nein, verdammt. Oh, und dann verkack ich beim Fütten. Ah, zwei Schläger. Scheiße. Wenn ich den ersten richtig gemacht, dann. Ah, kenn ich mich, soll ich schon wieder ärgern. Nein, oh, jetzt war ich echt schlecht. Nein, verdammt. Ich roll wieder zurück. Ja, bei mir ist schon mal aus der Bahn rausgerollt. Ehehe, oh. Nein, schon wieder zu wenig. Hui. Ach, schade, dass man hier nur Solo spielen kann. Kommt bestimmt dann noch bei... Och nein, wieder zu wenig. Jetzt rollt er wieder zurück, die Sau. Kommt bestimmt noch hier. Ich darf von mir zwischendurch immer aus der Bahn rausrollen, ne? Ding. Höh. Da sind hier links und rechts keine... Keine Banden. Okay. Jetzt noch mal ab ins Loch hier. Nein. Oh. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Yes. Sechs Schläger. Oh, nein, ich hänge noch. Ich bin bei Schlag 8. Und hänge an der letzten Kurve. Ich seh schon wieder die... Oh, jetzt bin ich auch noch aus der Bahn rausgerollt. Von hier steht ein Navigate. Ich kenn gar nicht Navigate. Nein, jetzt bin ich schon wieder aus der Bahn rausgerollt. Uuuh, Navigate. Oh, scheiße. Ich möcht's gerne sehen. Das war ein Rageball, der ist. Alter, hör auf, immer nach links zu rollen. Tu mir das nicht an. Oh, oh, oh. Don't do this to me. Please. Seh jetzt schon die Kommentare. Uuuh, du Kackbun. Kannst du nicht mal richtig Minigolf spielen? Nein, muss ich auch nicht. Du fisch, du fisch, alter. Muss ich alles können. Äh, ich versuch's. Ach, fuck, du musst ja links lang. Alter, wirst du doch irgendwann schaffen, oder? Nein, zu wenig. Warte. Oder bist du schon auf der nächsten Bahn? Jawoll. Alter, ich hab nur mit Bande über das Ding drüber gehuppt. Match one, Lampi? Bist du fertig? Oh, ich hab schon wieder, ne, beim Putten wieder verkackt. Und schon wieder verkackt. Ja. Äh, äh, warte. Dreiz, ne, sechs Schläge. So, Loch 13 als nächstes. Jawoll. Ausgezeichnet. Wie sieht das denn hier aus? Oh, es wird doch zu wenig. Das kann doch nicht wahr sein. Voller Möhre. Doch, geschissen, Junge. Oh, no. Voller Möhre war nicht ganz so. Aber geht schon. Was ich dir auf jeden Fall rate, äh, es ist eine ganz schlechte Idee. Ach du Scheiße. Zu wenig zu machen, weil... Boah, jetzt rolle ich Witter zurück. Ich hasse dieses Spiel. Nicht im Zoo. Kann nur so schlecht sein. Ballwert fertig. Kann ich den irgendwie zurücksetzen? Nee, natürlich nicht. Dang. Muss... Gehen gut. Ist schon ein bisschen tricky. Ja, wenn ihr... Wenn ihr Minigolf Skills of Epicness sehen wollt, dann schaltet jetzt zwischendurch einfach mal zum Lumpy. Ja, und wenn es euch bei mir gerade langweilig wird, beim... Beim... Äh, Punkte angucken, dann schaltet beim Schakal ein. Gute Idee. Ich werde das auch in meinem Video verlinken. Oh, mit Looping. Und... Oh, und... Was für ein Looping? Wo bist denn du? Na, Alter. Ich denke Bahn 13. Ja, da ist bei mir so ein Ding, was immer hoch und runter geht. Ups. Ähm, dann bin ich schon ein Stück weiter. Oh, okay. Jo, da warte ich einfach mal. Alter, was war das denn? Das ist jetzt schon ein Turbo. Der hat ja mal gar nichts gemacht. Okay, ich bei mich. Jetzt bist du am Anfang meiner Bahn, ne? Roll, roll, roll. Ich roll jetzt hier gerade so eine Schnecke runter und dann kommt da hinten der Looping, von dem du gerade gesprochen hast. Ich hab die Looping, im echten Minigolf hasse ich die wie die Pest, ne? Oh, Julli, oh, müssen wir kurz drücken, ne? Weil es halt einfach zum Kotzen sind diese Looping. Ding, dong, die, dong. Oh, fuck. Ach, scheißegal. Allein machen wir jetzt erstmal voller Hülle. Probieren, was geht. Jawohl, Alter, was geht. Oh, nein! Die ist lachen zu mir, ey. Oh, 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 oh. Ja, ich bin durchs Tor gekommen. Okay, okay, jetzt muss ich nur putten. Putt, 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 putt. Yes! Okay, 8 Schleger hab ich gebraucht. So, Bahn 15. Was geht jetzt? Ich würde sagen, für die Folge machen wir bis zum Minigolf eigentlich noch Zeit. Ja, dann können wir jetzt noch fertig machen. Halb, ne lange Folge. So, ich mach volle Pulle. Jetzt wird er mit plus 3 auf Überlänge. Point! Wow! Oh, bei mir so hinten, ganz hinten drüber gesprungen. Ja, bei mir auch. Also volle Pulle ist nicht so gut. Jawohl, jetzt hab ich's. Verarschen, du hässiges rotes Ding. Hat mein Ball blockiert. Aufpassen, jetzt sind links und rechts fehlen wieder teilweise Stücke der Bande. Mal gucken, ob ich das jetzt hinkriege, um Bande zu spielen. Und BAM! Nicht vergessen. Ein Trittswinkel gleich Austrittswinkel. Verdammte Kacke. Mit mir so auffassen, dass ich mich zu dolle mache. Habe ich mich ein bisschen verziert gerade. Aber kein Problem. Dong! Putti, putti! Ah, nein! Oh, da hätte ich bloß ein bisschen dauer machen müssen. Das war gut gewesen. So bin ich drin. Mit 8 Schlägen. Bin es bei 70. 7. Ich bei 82. Ich glaube, das kann ich vergessen, dass ich ja noch irgendwie irgendwas reiße. Da musst du jetzt viele Holds und Ones machen. Ich mache jetzt, ich gebe voller Hütte. Ich bin schon mal wieder zurückgeholt. Also ich bin wieder am Start. Mit voller Hütte bin ich ganz gut gefahren, ey. Ernsthaft? Hm? Die Musik wiederholt sich ein bisschen. Ist auch nicht schlimm. Minimal, nur minimal. Zwei Titel. Aber ehrlich gesagt, ich habe schon Wasser gesehen, was schlechter aussah. Ja, tatsächlich ist, da sieht das Wasser ganz cool an. Ein bisschen Quecksilberartig und so, aber trotzdem ist ja okay. So, machen wir das ungefähr so. Wie dolle sollst du da draufhämmern, Junge? Das gibt es doch gar nicht. So, sehe ich irgendwo, wo ich da hinkomme? Nee. Bis noch eins, nicht zu dolle. Scheiße, da kommt doch ein zweiter Sprung. Fuck it. Den habe ich gleich komplett auf dem Sprung. Yeah, ich bin drin. Ah, kacke. Noch dollar. Oh, da war knapp. So, pass auf, ey. Das finde ich bei 78. Next. Ach du Scheiße. Siehst du dahinter irgendwo, wie es weiter jetzt ist? Ich habe null Ahnung, ey. Ah, ich bin einfach über das rote Tor gesprungen. Oh, jetzt kannst du wieder aussuchen, wo es lang geht oder was? Keine Ahnung. Ja. Was ist ja auch so? Entweder machst du wieder einen Sprung. Ah, cheaten kannst du an der Stelle nicht, ey. Ich probiere es mal woanders lang. Doch, habe ich. Ich bin durch den Baum durchge... Oh. Ja. Ah. Komm schon. Nein. Okay, ich mache es jetzt noch. Ich versuche es jetzt noch mal weiterzumachen. Hat sonst keinen Sinn. Ah, ich sehe einen alten Arsch. What the fuck? Okay, dann gehe ich halt da lang. Ich gehe noch schnuppern. Schnipp, schnibbel, bapp, schnuppern. Was ist so schlecht? Komm schon. Rein da, rein da, rein. Ah, drin. Okay, ich brauche noch einen Moment. Ja, na klar. Nein. Oh, alter, wie weit ist denn das Loch noch entfernt, Junge? Volle Tröner und Zimmern. Okay, ich bin jetzt gleich am Loch. Oh, ich bin ganz knapp vorm Loch. Oh. 12 Schläge habe ich gebraucht, ey. Fuck. Wir sind auch so... Ich bin kurz vorm Loch. What the fuck? Touristen im Thai-Urlaub. Hä? Pfff. Oh. Oh. Boah, das war fuck. Boah, das war fuck? Was hast du gemacht? Volle Pulle oder was? Ne, fast volle Pulle, aber es war knapp. Nein. Ja, bei mir auch. Oh, diese, diese Rotor-Dinger, die machen, die machen mich fertig. Ein wenig gelegen. Oh, nein. Oh, oh, oh. Oh, das sieht gut aus. Nein. Ah, scheiße. Vorm letzten Rotor liegen geblieben. Oh, ich bin jetzt gleich im Loch. Allerdings habe ich oft mit viel Power gepowert. Drin. Drei Schläge. Fünf. Ich bin bei 95. 99. Verdammt. Was doch, das ist ja dann noch ein Kritiker geworden. Krasse Wurst, Alter. Ja, liebe Leute. Ja. Sollte es an dieser Stelle erstmal gewesen sein, würde ich sagen. Und vielleicht schauen wir uns die anderen Minispiele noch an, wenn es noch welche gibt. Pff. Ich gehe einfach mal davon aus. Ich hoffe es. Ja. Okay, dann würde ich mal sagen, macht's gut, bis dahin und schausen. Schausen. Schausen.